Herzlich willkommen hier beim Kanal zum Erfolg. In diesem Video zeige ich dir mal ganz, ganz genau, was für Kosten jetzt anfallen, wenn du dein erstes Private Label Produkt sourst. Ich habe das Ganze hier mal schön aufgemalt und das hier sind jetzt erstmal die Kosten, die du definitiv nicht vermeiden kannst am Anfang. Im zweiten Teil kommen noch die optionellen Kosten, die je nachdem dazukommen, wie du das Ganze gestaltest. So, starten wir auch gleich durch. Das erste ist die Gewerbeanmeldung. Die lag bei mir bei 40 Euro, es variiert aber von Bundesland zu Bundesland. In München sind das, glaube ich, 50 Euro und die Kosten, ja, die musst du halt einfach zahlen, die kannst du nicht umgehen. Als zweites das Sample. Das ist natürlich hier der Idealfall. Du bestellst dir ein Sample, das wären zum Beispiel dann 30 Euro. Das war es und du bestellst direkt deine Ware. Ja, natürlich würde ich dir auch raten, dann eventuell mehr zu bestellen, weil du natürlich die Qualität vergleichen möchtest. Also kann hier noch ein bisschen was theoretisch dazukommen. Und auch hier nicht sparen, also nicht auf gut Glück, einfach direkt die Order tätigen und dir gar nicht erst das Produkt vorher angucken. Dann kommt die Amazon-Anmeldung dazu. Die ist prinzipiell erstmal kostenlos. Hier gibt es nämlich jetzt zwei verschiedene Pakete. Einmal das Basic-Paket, glaube ich, so heißt das, und das Professional-Paket. Das Basic-Paket, das ich nie genutzt habe, da zahlt so monatlich generell nie eine Gebühr. Aber pro Verkauf deines Produktes, glaube ich, sind das 50 Cent an Amazon. Wenn du das mal ausrechnest, lohnt sich das nicht so lange, besonders wenn du dann die ersten Produkte verkaufst und das Ganze ein bisschen ins Rollen kommt. Deswegen habe ich auch gleich mit dem Professional-Paket angefangen. Das ist die ersten zwei Monate kostenlos und ab dem dritten Monat sind das dann 39 Euro im Monat. Und auch hier, ja, siehst du, ist eigentlich kostenlos, aber du solltest im Hinterkopf behalten, dass hier dann ein paar Kosten monatlich anfallen, halt wie gesagt ab dem dritten Monat. Aber bis dahin solltest du schon ein bisschen Umsatz generieren und deine ersten Produkte verkaufen. Dann die ERN-Nummern. Hier auch definitiv nicht sparen und nicht irgendwie billige für 10 Euro kaufen, die eigentlich nicht, ja, die auf eine andere Firma beschrieben sind und dir wirklich nie gehören können. Deswegen gehe hier zu GSI und schreibe die mal ganz nett an und frage nach dem kleinen Paket. Das kleine Paket, das kannst du nutzen bis zu einer Umsatzgrenze von 100.000 Euro im Jahr. Und hier ist schon eine jährliche Nutzungsgebühr von 150 Euro mit drin. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn du das Ganze im Dezember kaufst, fällt im Januar wieder die Gebühr an und du würdest dann im Januar wieder 150 Euro zahlen. Das heißt hier eventuell vielleicht eher einen halben Monat warten und halt diese 150 Euro dann sparen, weil ich finde, das ist schon ein relativ hoher Betrag. Hier würdest du jetzt 100 ERN-Nummern bekommen, die auch ja natürlich am Anfang erstmal komplett ausreichen. Dann bestellst du dein Produkt. Ja, ich habe hier einfach mal jetzt mit 300 Produkten gerechnet. Das Ganze kostet dich dann am Ende 3 Euro inklusive des Versandes. Das heißt, dein Produkt würde jetzt 2,50 Euro kosten und der Versand jeweils noch pro Produkt 50 Cent, sodass du am Ende bei 3 Euro bist. Hier ist jetzt der Zoll noch nicht eingerechnet und somit kommen wir auf 900 Euro. Jetzt kommt natürlich noch der Zoll und die Einfuhr-Umsatzsteuer hinzu. Hier rechne ich immer ganz grob mit 30 Prozent. Das ist sozusagen das Maximum und mehr wird auch nicht passieren. Also das hier ist sozusagen der Worst Case, mit dem ich auch immer rechne. Denn wenn es besser wird, ist gut und schlechter kann es halt nicht werden. Das heißt, hier bist du wirklich auf Nummer sicher. Wie sich das Ganze zusammensetzt, sieht so aus. Du zahlst den Zoll, also je nachdem, in welche Kategorie dein Produkt kommt. Das liegt meistens zwischen 3 und 12 Prozent. Und 19 Prozent Einfuhr-Umsatzsteuer. Wenn du hier halt genau Glück hast, bist du hier vielleicht bei 25 Prozent und halt im Worst Case bei 30. Also hier habe ich jetzt mit 30 Prozent gerechnet und komme hier nochmal auf 270 Euro. Dann würde ich hier jetzt für den Launch und PPC, also deine Pay-Per-Click-Kampagnen, ein bisschen Geld noch zur Seite legen. Eigentlich fällt das natürlich nicht direkt am Anfang an, aber ich würde es im Hinterkopf behalten und auch mit einrechnen. Denn wenn du natürlich jetzt dein Produkt verschenkst oder beziehungsweise sehr günstig weggibst für deine ersten Bewertungen, dann kostet dich das auch Geld. Denn Amazon, du musst trotzdem den Versand an Amazon zahlen und ich glaube 50 Cent gebühren, sodass du dann am Ende pro verschenkten oder vergünstigten Produkt letztendlich 2, 3 Euro Verluste machst. Und ja, wenn du dann das bei 20, 30 Produkten direkt machst, dann bist du hier schon beim kleinen Betrag, das sind dann vielleicht so 40, 60 Euro und das solltest du ein bisschen im Hinterkopf haben, dass du hier auch noch ein paar Kosten hast, die auf dich zukommen. Für Pay-Per-Click, das kommt natürlich dann wieder darauf an, ja, wie stark deine Konkurrenz ist, wie viel in der Kategorie los ist, je nachdem. Wenn natürlich sehr viel los ist, dann wirst du hier auch relativ viel Kosten für Pay-Per-Click haben, aber wenn da sehr, sehr wenig los ist, dann sind das vielleicht, ja, 3, 4, 5 Euro. Wenn viel los ist, sind das vielleicht 10, 15 Euro am Tag. Das kommt dann natürlich immer darauf an. Hier habe ich jetzt einfach mal 150 Euro noch zur Seite gelegt, sodass wir am Ende hier auf 1.620 Euro kommen. Das ist erstmal eine relativ große Menge, aber du hast hier schon sehr, sehr viele Kosten jetzt abgedeckt. Sozusagen diese ganzen, ja, diese ganze Struktur, die du wirklich am Anfang einfach haben musst, also die Kosten, um dein Business zu starten. Ich finde, das ist immer noch ein sehr geringer Betrag, wenn wir davon ausgehen, was es sonst ja eigentlich kostet, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das heißt, das hier sind jetzt die Kosten, die du erstmal natürlich nicht vermeiden kannst. Das Ganze variiert jetzt hier noch, je nachdem, wie teuer natürlich deine Produkte sind und so weiter. Jetzt im nächsten Schritt zeige ich dir die optionellen Kosten, die halt je nachdem, wie du das Ganze dann angehst, noch hinzukommen. Das heißt, ich wische das hier jetzt kurz weg und wir sehen uns gleich.